Menschen wie du, die brauchen Ziel, die Herausforderung. Du weißt genau, dass es unmöglich ist. Es geht keinem besser. Irgendwann geht es immer da draußen. Immer! Und wenn du so weit bist, du weit gefunden hast, der vor dir steht und der in uns darfst, der ist nicht einfach, wenn du kannst in die Welt zurückgreifen, so dass du tun bist, um zu raten. Wenn du so weit findest, das wär gut, das wär eine verdammte Herausforderung. Wenn du das überstehst, findest du den Prinzip, der in dieser verdammten Welt, was wir doch lieben. Den Aspekt vor dir selbst. Ich bin in der Maschine. 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 Der Beian in der Maschine. Ich bin in der Maschine. Ich bin in der Maschine. Ich bin in der Maschine. Du hast Pipokle Sparkle Stole. Ich bin in der Maschine. Jesus hat gepції! Alle sollen die das wahrnehmen können, na? Deinen Antworten wurden in der Maschine. Alles Gottes! Oh no! So, Leute, wie schaut ihr uns heute noch mal? Ja! So, wir haben ja auch alles angepackt, da haben wir die Sachen, da geht auch was. So, ich würde sagen, wir machen das ganze Dreck mal ein bisschen schneller. Auf geht's! So, ich würde sagen, wir kommen zu uns. So, ich würde sagen, wir denken, wir kommen gerade noch in diesem System. So, ich würde sagen, wir schauen, wir brauchen 여 librarians. Vor clinais, wir brauchen dieule Gente. Aber die beiden Mulan ... Wir brauchen die vom Sta again ... Wir brauchen die Stadt gut und ein paar아uppherde Teokelik Podcast. Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR